Bang, she shot me one time. Bang, she shot me two times. Bang, 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 she shot me again, but she's gonna be mine. Who cares, bang, she shot me one time. Bang, she shot me two times. Bang, 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 she shot me again, but she's gonna be mine. So, meine lieben Freunde, wir sind unterwegs in Hannover, heute in einem Zoo und wir haben hier schon Leute gesehen, das glaubt ihr nicht. Was für ein riesen Zufall, wir sind hier. Das ist ja wieder ein totaler Zufall. Weil wir dachten, wir gehen hier einfach mal durch den Zoo und auf einmal treffen wir hier ganz besondere Leute. Wie können sie euch mal zeigen? Joshua, say hello. Hello. My German friends. Hello, oh, hello liebe Freunde. Und ja, hier sind auch ein paar Caches versteckt und die filmen wir heute auch nochmal ab und mal schauen, was wir noch so entdecken. It's look very natural. This is how we walk around the zoo. Very natural. An dieser Station mussten wir jetzt herausfinden, worin das Unglück bestand und hier sind so mehrere Zeitungsartikel gewesen. Und da mussten wir jetzt herausfinden, woran das Unglück, wie das Unglück entstanden ist. Und da haben wir jetzt herausgefunden, dass es sich um eine Flansch handelt und den müssen wir jetzt hier suchen. Schauen wir mal, wo er ist. Oh, das ist eine Flansch. Oh, das ist eine Flansch. Hallo, Jermany! So, wir werden jetzt noch ein Cash hier direkt hinter dem Elefanten machen, Dachua wird ihn uns zeigen. Deutschland ist prima! Okay, so... So, Information... Somewhere... Stage 1. Ah, okay. The stage is yours. Geheimpunkt. Das hast du aber gut herausbekommen, Spatz. Dafür, dass ich machte, nur 3 Punkte hatte. Mach das mal nicht kaputt. Nach rechts ein bisschen... Das ist so ein Griff. Das ist ja schön! Das ist ja geil! Mit Musik! Mit Musik! Mit Musik! Das ist schön! So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Bonus Cash, glaube ich, oder? Genau! Also, wir haben die Runde im Zoo abgedreht. Wir können einmal kurz erklären, also das war eine Runde, die extra für den Zoo konzipiert wurde. Genau! Daniel sagte auch, dass man den halt über ein Mystery hätte lösen können, damit man halt keinen Eintritt zahlen muss. Aber, dadurch, dass wir jetzt Eintritt gezahlt haben, haben wir gesagt, okay, wir machen die Runde halt im Zoo. Und genau, jetzt sind wir halt beim Bonus Cash und da watscheln wir jetzt alle hin. Und jetzt bist du da! So, wir sind immer noch in Hannover. Und jetzt hier auf einem, ja, coolen Event, wo hier viele Leute unterwegs sind. Unter anderem auch Joshua, die ist weiterhin am Start. The Dancer. Joshua the Dancer. Und ja, die Zeitung feiert hier irgendwie Geburtstag und ja, wir chillen jetzt hier noch ein bisschen. Und dann schauen wir mal, was uns geht. So, meine Lieben, das war's mal wieder von uns für euch und für heute. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zurück in die Heimat. Ihr seht, es ist schon etwas dunkel draußen geworden. Ja, wir hatten auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Spaß heute. Und wenn ihr irgendwann mal in Hannover sein solltet, dann geht auf jeden Fall in den Zoo. Das ist wirklich, das ist wirklich ein richtig schöner Zoo. Und dann mach doch einfach auch mal diese Geo-Zoo, Geo-Zoo-Runde. Denn, ähm, muss man einfach machen, wenn man da ist. Man sieht den Zoo noch mal vor ein paar ganz anderen Ecken. Und das war echt cool. Und die Features waren auch ganz toll. Und, äh, danke nochmal dem Erfinder. Herzliche Grüße nochmal an Daniel und auch ebenfalls an Joshua, den ihr ja gesehen habt in dem Video. Ähm, genau. Und, äh, ich glaube Kai wollte euch auch noch kurz was sagen. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, abonnieren und like nicht vergessen. Und, ja, bleibt dran und seid gespannt. Ciao. Ciao.